Endlich ist es wieder soweit. Der neue Perl-Katalog ist da. Fast 300 neue Artikel und zahlreiche Bestseller warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Heute möchte ich Ihnen 5 brandneue Highlights vorstellen. Das erste Produkt finden Sie auf Seite 149. Ein schlüsselloses Vorhängeschloss mit Bluetooth. Sichern Sie Kellerabteil, Spind und Co. mit dem schlüssellosen Schloss und öffnen Sie es bequem per Smartphone-App. Verlieren Sie nie wieder den Schlüssel, denn Ihr brandneues Schloss braucht keinen. Es bleibt so lange fest verschlossen, bis Sie es per App öffnen. Auf Wunsch öffnet sich das Schloss auf Knopfdruck, wenn Sie im Bluetooth-Reichweite sind. Sie können das Schloss auch ohne Handy öffnen, indem Sie einfach Ihren individuell festgelegten Noise-Code per Knopfdruck eingeben. Auf Seite 159 finden Sie das nächste Top-Produkt. Ein medizinisches Fingerpuls-Oximeter mit OLED-Farbdisplay. Gerade beim Sport in großen Höhen sollten Sie Ihre Blutwerte stets im Auge behalten. Aber auch für Personen mit Herz-, Insuffizienz oder Asthma-Bronchiale ist der Puls-Oximeter der ideale Begleiter. Stecken Sie einfach den Finger hinein. Schon ist der Puls-Oximeter vollkommen schmerzfrei. Das Farbdisplay lesen Sie jederzeit leicht ab, dank drehbarer Anzeige und einstellbarer Helligkeit. Dank geringem Gewicht und kompakten Abmessung ist das Gerät perfekt geeignet für unterwegs. Verstaunen Sie es einfach in der Sporttasche oder tragen Sie es am Halteband mit sich. Ein weiteres Highlight erwartet Sie auf Seite 227. Ein Raumentfeuchter inklusive zwei Granulat-Packs. Ob Wände, Schränke, Abstellkammern oder Garagen, Modergeruch und Gasschimmel durch feuchte Luft beeinträchtigen Ihr Wohlbefinden. Gehen Sie jetzt ganz einfach gezielt dagegen vor. Das Wirkstoffgranulat nimmt Ihnen bis zu 100 ml Feuchtigkeit pro Tag auf. Mit einer Granulatfüllung entfeuchten Sie Räume von bis zu 10 Quadratmetern Größe über bis zu 45 Tage hinweg und ganz ohne Energiekosten. Füllen Sie einfach das Wirkstoffgranulat in die Trommel. Schon entzieht dieses der Luft die Feuchtigkeit. Dank des Wirkstoffgranulats aus Calciumchlorid gibt Ihr neuer Luftanfeuchter keine Schadstoffe an die Raumluft ab. Zudem ist er völlig geruchslos. Das vierte Top-Produkt finden Sie auf Seite 70. Das True Wireless In-Ear Stereo Headset. Ihre neuen Ohrhörer kommen komplett ohne Kabel aus. So haben Sie immer die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Über die clevere Multifunktionstaste steuern Sie alle wichtigen Funktionen. Kommt ein Anruf, genügt ein Druck auf die Taste. Schon sind Sie mit Ihrem Gesprächspartner verbunden. Greifen Sie auch ganz einfach auf Ihren digitalen Sprachassistenten zu. Und das ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Per Doppelklick auf die Multifunktionstaste meldet sich Siri bzw. der Google Assistant und ist bereit für Ihre Anfrage. Dank der mitgelieferten Powerbank laden Sie Ihr Headset immer auf, wenn Sie es nicht benutzen. Bis zu fünfmal auch unterwegs, ohne Anschluss ans Stromnetz. Das Highlight Nummer 5 erwartet Sie auf Seite 69. Ein digitales DAB Plus und FM Radio mit Akku. Hören Sie ab jetzt überall Radio. Ihr neues Radio passt in jeden Rucksack und jede Handtasche. Dank mobilem Akkubetrieb ist es ideal für Baggersee, Garten und beim Camping. Das kompakte Radio empfängt digitale und UKW-Signale. Wechseln Sie einfach per Knopfdruck zwischen DAB Plus und analogem FM Radio. Speichern Sie bis zu zehn digitale und analoge Sender. So finden Sie Ihre Lieblingssender schnell wieder. Das praktische LCD-Display zeigt Ihnen Senderinformationen, Musiktitel, Datum und Uhrzeit an. Den Kopfhöreranschluss genießen Sie Ihr Lieblingsprogramm ohne andere zu stören. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch viel Spaß beim Stöbern. Viele weitere Highlights warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Stöbern.